Guten Morgen, ihr Süßen. Na, das ist aber eine tolle Idee. Lädli dann doch nochmal ins Kuscheln, dass die krabbelt, ja? Prima. Der Gollans hat auch toll geschlafen. Seid ihr denn? Da seid ihr. Prima. Jetzt gucken wir gleich mal, wer vielleicht ein Wumi schon essen kann, ne? Könnt ihr ja bestimmt beide schon. Und Gollimaus? Du atmest ein bisschen komisch, ne? Ja, immer noch. Da müssen wir ein bisschen gucken noch. Gut, ich mach mal Frühstück.